Magdeburg, Stadt an der Elbe, Hauptstadt des Landes Sachsen-Anhalt und Austragungsort des ersten Workshops zum Thema Integration von Gender-Aspekten in Markteinführung im Bereich Energie. Kurzum, es geht um Frauen in der Energietechnik, Chancengleichheit, Lösungen und Innovation. In drei Workshops diskutieren Experten aus unterschiedlichen Bereichen. Spannende Fachvorträge sorgen außerdem für neue Impulse. Im Energiebereich sind einige Gender-Aspekte zu beachten. Zum einen geht es darum, dass Technologie Männer und Frauen unterschiedlich motiviert, wo Männer oftmals auch Energietechnik einkaufen, weil es ihnen erlaubt, ihr Haus mit neuer Technik auszustatten. Wird die Frau oftmals hinterfragen, wo ist der Nutzerwert der Investition und auch wird im Bezug auf Bedingungsdesign sehr hohe Anforderungen stellen an die Transparenz und an die Nutzerfreundlichkeit. Männer und Frauen ticken in vielen Dingen einfach anders. Das weiß man nicht erst seit heute. Trotzdem wird in vielen Bereichen, so auch im Energiebereich, meist nur auf die männliche Kompetenz gesetzt. Die Folge, wichtige Aspekte werden mitunter kaum oder gar nicht berücksichtigt. Das Projekt Frauen in der Energietechnik soll diesem Phänomen entgegenwirken. Unsere Erfahrung im Bereich Gender und Innovation sagt uns viel dazu, dass Nutzer einbezogen werden müssen in den Entwicklungsprozess. Und wenn man nur männliche Nutzer einbezieht, dann wird man oftmals mit Produkten enden, die mehr individuell ausgelegt sind, wo Technik verfeinert ist und sich kalibrieren lässt. Während wenn man mit weiblichen Nutzern sich beschäftigt, wird man auch mehr die sozialen und emotionellen Dimensionen des Nutzers erforschen und von daher auch Technik entwickeln, die mehr ins Miteinander von Menschen eingeht und nicht nur so individuell ausgelegt ist. Nicht nur in Deutschland werden Kompetenzen verschenkt. In ganz Europa ist das so. Deshalb ist ein Austausch so wichtig. Referenten aus dem Ausland präsentieren ihre Erfahrungen und Fortschritte auf diesem Gebiet. Mein Aufgabenfeld ist die Startplanung. Es ist sehr wichtig, auch im Bereich der Innovation an die verschiedenen Alltagsmuster der verschiedenen Zielgruppen zu denken und diese auch entsprechend zu berücksichtigen und insofern auch Entscheidungen zu priorisieren, die eine Chancengleichheit gewährleisten. Mehr Frauen für den Energiesektor lautet die Devise. Dafür muss der Anteil von Frauen in der Ausbildung und vor allem im Studium von energierelevanten Themen erhöht werden. Lösungen, um dieses Ziel zu erreichen, sollen bei den Workshops ebenso erarbeitet werden. Alle Ergebnisse, Empfehlungen und aktuelle Entwicklungen werden am Ende des Projektes bei der internationalen Konferenz zum Thema Gender und Energietechnik in Stuttgart präsentiert. Das Fazit des ersten Workshops eindeutig. Ich würde sagen, in nahezu allen Feldern macht es Sinn, Männer und Frauen als zwei Zielgruppen mit unterschiedlichen Anforderungen zu beachten. Insbesondere wenn es darum geht, jetzt den Sinn von neuer Technologie zu kommunizieren, dann muss man eben auf Männer und Frauen gesondert Rücksicht nehmen. Und wiederum aufs Bedienungsdesign wird sehr viel Wert gelegt, insbesondere von den weiblichen Nutzern. Und das macht im Grunde Sinn, sie als Benchmark zu nutzen, weil auch viele männliche Nutzer sind schnell überfordert mit komplizierten Bedienungen. Ich glaube, dass es einfach wichtig wäre, hier viel mehr Leichtigkeit und Kreativität zuzulassen. Ich glaube, dann wird sich generell dieses ganze Feld auch ein bisschen breiter und akzeptierterer entwickeln. Leisten auch Sie Ihren Beitrag dazu und besuchen Sie den Workshop in Duisburg am 13.10.2016 und die Internationale Konferenz im Februar 2017 in Stuttgart. Weitere Informationen finden Sie unter www.genergietechnik.eu 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 Untertitelung des ZDF, 2020